Fabian, es ist an der Zeit. Und du zeigst mir jetzt einen Moment aus meiner Vergangenheit, den ich bereue. Weißt du noch, als diese hübsche Frau Hyde zu dir gesagt hat und du hast guten Morgen gesagt, obwohl es schon locker 14 Uhr war. Natürlich weiß ich das, ich hab sechs Monate lang jeden Tag dran gedacht. Ich wach jede Nacht auf und denk dran. Komm zu mir. Nein, ich war einfach nervös. Es ist okay, nervös zu sein. Ich wusste, dass es nicht morgens ist. Du hast keine Macht bei mir. Ich verzeih mir selbst. Ähm, aber was war, als der Typ auf der Straße seinem Freund hinter dir gewunken hat und du dachtest, er winkt dir und hast zurückgewunken?